Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5, mein Name ist Dr.Skill und wir machen unsere Hauptmission hier weiter mit Trevor. Bro, ist das klar? Ah, schau mal auf. Du bist wie ein broken fucking Rekord. Oh, ja? Well, du bist wie ein verdammt. Genau wie ein verdammt. Wo ist der Trainer? Auf der Weg. Der Kind idoliert uns hier. Er ist ein verdammt. Yo! Yo, Frankie, wir waren gerade über dich. Ah, natterin. Du kennst dich wie es ist. Ja, egal, Mann. So, was wir hier machen? Wir arbeiten, amigo. Wir haben eine Anzahl. Ja, wir haben die Beste der Planung und ich glaube, wir werden, inwieweit, wie Bandits, auf das. Du sprachst mit Lester? Ja, ja, ich hab ihn. Er ist in der Krankenhäuser, hat seine Vagina gezogen oder irgendwelche Scheiße. Er hat eine Verkaufung. 20% geholfen. Nein, das ist nicht wie wir arbeiten. Well, du versuchst mir, aber das ist wie wir arbeiten diese Woche, okay? Wir machen es mein Weg, weil, wie ich erinnere, die letzte Mal, wenn wir es deinem Weg gemacht haben, wir alle getroffen haben, du getroffen hast, du gerät, zurückgezogen, wurde in einem Twat, und Brad ist in einer fuckingen Kirche. Ja, und Lester sagte uns nicht zu tun, aber wir haben es auch. Und Lester sieht gut, Mann. Wollt ihr, die fucken, okay? Und du, Michael, oh, mir, okay? Also, diese Zeit, wir machen Dinge mein Weg. Ja, und was ist nach dem, nach dem? Nach dem, wir denken über Dinge. Also, was ist der Plan? Easy. We are sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Now, daddy's a little helper, you're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. And you, you're boarding the freighter and planting charges. Me, I'm running the deep water salvage operation with a little help from my friends. You, fat man, of course, while you're not one of those friends. Which part is easy, though? Oh, for fuck's. Where'd you get the pussy, Mikey? Man, fuck you! Ah, better! I like that. Fuck you! Good, good, all right, now let's go make some money, ladies, huh? Brilliant. Don't be a dick. Oh, your wish is my commando, master. Let's go, junior. Hey, Wade, get Michael a wetsuit, all right? Take him to the boat. Stop dragging your heels, kid. We need some transport. I'm coming, man. So, einmal slide, aber da geht es nicht über die Motorhau. Okay, I'm taking you to the port city side of the Miriam-Turner-Overpass. Almost forgot. Here's the rifle with a thermoscope. Almost forgot. I was kind of sold on like a well-organized job. Planned out with Leicesters weird out for detail. I got an eye for details, kid. Little details like your brick of flow being drywall. Uh, okay, man. I'm grateful for that, dog, but buying cocaine is a whole different thing from sinking a container ship into a harbor. Not really, kid. It's all about what's inside. Cool. So, what's the thing, man? I don't know what it is, but I know it's important. You heard of Merriweather? Uh, yeah, maybe. Merriweather Security Consulting. The company our government uses to fight its wars and protect its shady interests all over the planet. They're the army? They're like the army. Only they're private, so they cost more. Anyway, they've just been clear to take government contracts on the U.S. soil. And what's one of the first on the list? This container at the port? I-G-Z-A-C-T-O-M-U-N-D-O. So, it's gotta be valuable, right? Anyway, it doesn't matter, because your job is not to understand. It's to shoot it, people, who try to stop us. I'm stopping the car in the median here. Head to your shooter's nest and call Mike. Alright, man, whatever. Alright, F, I'm in position. Let me know, when you're ready. A little time to swim, okay. So, make sure I don't run into any trouble when I get there. Fucking Trevor. Alright, I got you, homie. Hold on, there's a couple guards. These cats are shady, right? From what I read about them, yeah. They ain't no peace workers. Okay. Warte mal, wer in the attack is. I can run out of here, okay. AR-2, um die Waffe auszufeuern. Okay, let's see, we'll be able to push them. It's clear, man. Climb aboard. Things I do for old friends. T-Pick, four spots for the bombs. Keep an eye on me, okay? They caught in their shipping numbers, man. First bomb, ready to go. I'm moving up to position two. Hey, do this quick, man. I don't know how much backup they got below deck. I can do it quick, or I can do it right, okay? Hey, you got a clear path. Plant a bomb. Second bomb's in place. We're halfway there. Hey, if this is Trevor's thing, why ain't he doing any other wet work? Cuz, he's screwing around in a submarine. I don't know how we got roped into this shit. Moving up. Let's clear. Rig the bomb. Da vorne. Ah. I'm moving. Ah, da hat man. Let's go. Gut. Ja, geht so weiter unter Kontrolle. Aber warum muss man es sehen? Und, und. Here's the door. Going in. Get back to where I can see you, as soon as you can. I'm not gonna screw around in here, all right? Just tell me when you planted it. Ah, shit. Are you okay, man? You gotta go. The alarm's gone, man. You okay? Okay. I'm going to get back to where I can see you, as soon as I can, from the front of the ship. I'm still. Ah. Warte mal, warte mal, bis wir sie sehen. Ach, erstmal nachladen. Okay. Ah, noch mehr. Und. Steck mal auf jeden Fall nicht wenig ein. Hey, you hear that? Huh? Hey, they got some attack. Chopper's on me. You might have to look after yourself. Stay calm. Sure, lady. You'll be fine. That's twice I had one of these scary ass choppers on me, man. The FIB in Trouble Fitness is bad news. Chopper's down. Ah, verdammt. Aber haben wir wohl nicht schnell genug. Okay. So, jetzt schauen wir diesmal, dass wir hier erstmal die ausschalten. Der war hier. Wo ist die zweite Person? Ah. Oh, mein Gott. Ich kann nur die Sniderweife bringen, das ist tatsächlich. Okay, es hängt nicht davon ab, dass wir hier schnell sind und treffen. Ja, nachladen ist natürlich ein Killer, ne? Gut. Gut. Ah, das kommt. Ich würde mich schocken. Also. 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 Gut, den Hammer. Ach, nachladen. Ungünstiger Moment. Gut. Gut, diesmal haben wir's. Ah. Gut. Gibt's. Gibt's nochmal zwei. So, schau mal. Ah, Moment. Der hat ja was von Tamar erzählt, ne? Gibt's nochmal. Gibt's. Gut. Gut. Über deine Kontakte auf und wähle Zünder. Ah, hier. Macht Sinn. GmbH. GmbH. hashtag. Ad��in. Oh man. Wenn ihr die Dive-Gerl beherrscht, dann wird der Signal beherrscht. Okay, welches Signal gibt es? Der Typ, der verrückt ist, wird der Closier wieder finden. Ich komme in und füge ihn. Oh mein. Ich füge den Signal, aber ich noch nicht mehr haben. Jesus Christus, du schlägst, niemand schüttet dich. Uh-huh. Hopsig, okay. Es wäre nicht top-secret oder sehr malleable, würde es? Es ist nichts zu machen, ist es? Ich bin schwimmen die Räden in das. Ich könnte dir die Macht, dich in die Räden zu bringen. Haha, nah. Ich nehme eine Räden, dann wird dir alles gut. Wie soll ich mich sagen, dass ich in das? Da ist es. Ich nehme es. So, sind wir hier? Ja, du bist fertig. Out! dann fahren wir das ganze doch mal weg so hier ist dieser See-Dingens da drüben lass mal hin hat doch gut geklappt so da wo er war hin da da wo er war hin hey is that master what i mean what the fuck you doing here you should be in bed yes i should be i would be if certain known associates weren't busy making themselves enemies of the state fib meriwether i a you could fuck with them all day long but when you try and steal an experimental superweapon and sell to the chinese you and everyone you ever knew is gonna be fucked in the ass you fucking chumps hold on man a superweapon the chinese what what you think is in there i thought he talked to you all right man so what now well maybe i can organize to have it taken back and found amongst the wreckage whoa holy fuck lester crest holding on and looking good huh you have any idea what you did here yeah i pulled a score what are you jealous because you didn't get your twenty percent that thing doesn't go back then we will all end up on every watch list in the entire planet watch list so fucking why so they don't watch they kill idiot we'll all be dead within a week think all right listen take the truck take a guy do what you gotta do trevor i'll load it up trevor great then you and the patient can take it all back right fucking now so you mean to tell me this shit was all for nothing man it's the hood all over again fuck come on franklin you owe me michael i am owed what you gonna do huh i think it's something i gotta get franklin some work too i'll take this yeah yeah lots of mouse to feed amigo tell me about it fuck gut der rauberüberfall hat geklappt aber leider nicht so richtig gut aber mit klick auf die uhr bedanke ich mich auch recht herzlich bei euch fürs zuschauen dieser folge ich würde auch gerne morgen wieder ein bis dahin ciao ciao